Herzlich willkommen zu einem neuen Kurzimpuls. Wir möchten heute einsteigen in das erste Kapitel von Joshua und es beginnt damit, dass Mose gestorben ist und Joshua von Gott berufen wird, in Moses Fußstapfen zu treten und das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Und es ist definitiv keine leichte Aufgabe, aber Gott hat Joshua versprochen, bei ihm zu sein, ihm beizustehen und ihn nicht alleine zu lassen. Und das lesen wir auch ganz klar in Joshua 1, Vers 9. Das Ganze ist aber auch mit einer kleinen Bedingung verknüpft, nämlich sagt Gott, Joshua soll sich mutig ans Gesetz halten, er soll den Weisungen nachgehen, er soll sie befolgen und er soll auch danach handeln. Und auf das Heute übertragen kann man sagen, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen, nah an ihm dranbleiben sollen und uns nach dem ausstrecken sollen, was er für unser Leben geplant hat, nach seinem Willen. Und es ist so eine starke Geschichte, von der wir so viel lernen können, aber ich habe jetzt einfach mal drei Punkte rausgesucht, die mir hier einfach besonders wichtig geworden sind. Und der erste Punkt ist, Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenden. Ich glaube nicht, dass sich Joshua gedacht hat, endlich, jetzt habe ich es geschafft, ich bin in dieser Position, ich darf das Volk Israel ins verheißene Land führen. Nein, ich glaube, er hat sich gedacht, warum ich? Warum wurde ich auserwählt? Bin ich überhaupt bereit dazu? Kann ich das überhaupt? Aber Joshua hat trotzdem zu 100 Prozent auf Gott vertraut, dass er ihm beistehen wird und dass er ihn für diese Aufgabe qualifizieren wird. Deswegen gilt es auch für dich, wenn Gott dich für etwas beruft, darfst du auch sicher sein, dass er dich qualifizieren wird. Der zweite Punkt ist, Gott lässt sich nie alleine, wenn du nah an seinem Herzen bleibst. Deswegen will ich dich ermutigen, verbring Zeit mit Gott, lese in der Bibel, komm einfach ins Gespräch mit ihm, verbring Zeit mit ihm, lern ihn besser kennen und streck dich nach dem aus, was er für dein Leben vorgesehen hat. Und du kannst dir sicher sein, er wird bei dir sein, er wird dich nicht alleine lassen und er wird dir Volk schenken. Und der dritte Punkt ist, und den haben wir alle schon so oft gehört, aber er ist so, so wichtig, nämlich, dass wir Gott in allem vertrauen. Vielleicht siehst du noch nicht irgendwie das Gute hinter gewissen Situationen oder Entscheidungen, aber du darfst dir zu 100 Prozent sicher sein, dass Gott einen guten Plan hat für dein Leben und du diesem Plan einfach vertrauen darfst. Und auch ich musste vor kurzem eine Entscheidung treffen, die sich sehr stark auf meine Zukunft auswirkt und es war definitiv keine leichte Entscheidung, aber ich durfte einfach in diesem ganzen Prozess so spüren, dass Gott mich führt und er hat mir sogar auch ganz klar gezeigt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und dafür bin ich Gott so dankbar. Und auch wenn jetzt vielleicht eine herausfordernde Zeit bevorsteht, darf ich einfach trotzdem wissen, dass, ja, wenn ich nah an Gott dran bin, wenn ich nah an seinem Herzen dran bin, weiß ich, er wird mir Erfolg schenken und er wird bei mir sein, bei allem, was ich tue. Und vielleicht stehst auch du gerade vor einer schwierigen Entscheidung oder, ja, du bist gerade in einer Situation, wo du nicht weißt, wo du lang gehen sollst, welchen Weg du wählen sollst, du hast Angst, ja, den falschen Weg vielleicht einzuschlagen, aber ich will dich ermutigen, sei mutig, sei entschlossen, triff die Entscheidungen, die du triffst, gemeinsam mit Gott und du darfst dir sicher sein, er wird bei dir sein, er wird dich nicht alleine lassen. Denn das, was Gott damals Joshua ja zugesprochen hat, das gilt auch heute für dich. Sei stark, sei mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Sei gesegnet.